So und damit hallo und herzlich willkommen bei League of Legends wieder. Was ist das denn hier? Oh das haben sie neu gemacht, okay. Also, neuer aussehen, ich weiß gar nicht, weh. Ich spiele Sek im Jungle, Kragas in der Mitte. Kragas in der Mitte, Rengar Top, Wayne und Trash Bot Lane. Im Gegnerteam Chinks und Taric Bot, Yasuo, wahrscheinlich Mitte und Rengar Top und Elise im Jungle. Im Gegnerteam ist keiner Pre-Mate und in unserem Team sind Kragas und Trash und Wayne und Rengar Pre-Mates. Wir fangen, glaube ich, mal Red an. Ja, war noch richtig geil gepinkt hier. Ich bin nicht so gut als Jungler, ich habe zwar meine Zeit lang Sek sehr intensiv gespielt, auch im Jungle. Hat auch Spaß gemacht, aber ja. Also nicht wundern, wenn es ein bisschen Kacke läuft und das relativ stark an mir liegen wird. Also, ja, kann passieren, ne. Ja, geil. Vielleicht ist schon wieder alle hier deutsch, sieht man. Ich finde das immer ein bisschen komisch. Ich unterhalte mich oft mit Deutschen, auch auf Deutsch, aber... Ich finde das immer komisch, wenn die... Wenn die nicht Englisch reden. Ich meine, ich will doch nur verstehen, was sie sprechen, ja. Schlimmsten ist, wenn sie dann denken, du sprichst die Sprache. Ich glaube, die denken das jetzt nicht, aber... Ich meine, es gibt ja solche Menschen, die glauben... Jeder spricht meine Sprache. Ich komme aus Afghanistan. Ganz toll. So. Falls der Gegner denkt, ich mache zuerst Blue Buff. Ich weiß auch nicht. Denkt wahrscheinlich, ich mache zuerst. Viele denken, Zack macht immer zuerst. Oder normalerweise mache ich zuerst Blue, aber Red... Ich wollte heute mal mit Red anfangen. Fand ich auch witzig. Zack ist auf jeden Fall ein sehr starker Champ, vor allem als Jungler, weil er dann Passive nicht oft benutzt. Und das ist zum Ganken sehr... Relativ stark. Seine Passive. Weil ich meine, wenn dann einmal... Zum Beispiel der Midlaner Full Life ist. Ja. Und du kommst halt da mit Half Life. Ich glaube nicht, dass dann der Gegner unbedingt mit Lainer fokust. Oder auf der Top-Lane, wenn das Tanki-Top-Lane ist. Renekten jetzt im Gegner-Team. Der ist ja ein sehr starker Tank. Wenn der dann da hinkommt, ne? Dann werde ich... Würde der Gegenüber wahrscheinlich, er hat mich fokusten. Und wenn er dann mich fokust, passive BAM. Hat ihm nichts gebracht. Er stirbt. Ich nicht. Ich habe so einen Fulldown, aber... Bringt ihn jetzt auch nicht immer so viel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sofort top... Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt top ganken. Weil Elise schon wieder denkt. Das war ein bisschen übereifrig, glaube ich. Alter, was will ich denn, Elise jetzt? Dachte ich, ich renne weiter. Die ist schon echt gut. Es ist Platin, deswegen hat es auch den Skin und so. Aber den kriegt man ja mit Gold. Gold? Ich glaube, Gold, ja. Ich glaube, mit Gold kriegt man den schon. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf der Topline mit Countern hier aussieht. Ihr habt mit Renekten. Also ich habe auch früher sehr oft Renekten gespielt. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht mit Countern und so. Also ich hoffe, die werden mich jetzt hier nicht killen. Problem ist, ich weiß echt nicht, was abgeht. Ich traute mich mal hier zurück. Obwohl, warte. Och, was war das denn für ein Fail? Ach, fuck. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ich port mich mal zurück. Oh, good job. Und, oder auch nicht. Also schon ein good job an ihr Mitte. Aber naja, gut. Ähm. Meine Ahnung, ich bin nicht so gut als Jungler. Elise hatte halt schon den gleichen Farben, wie ich, als sie gekommen ist. Ich glaube, die kann auch das am Anfang schneller machen. Ich meine, wenn die erstmal ihre Ulti hat, dann braucht sie kein Mana mehr. Jetzt kommt die schon wieder top. Aber die sind kein Premade. Die ist einfach nur ein Babysitter. Wie sau. Die Babysitter nur. Ich glaube, diese Babysitten nur Babysitten kann man ja jetzt nicht, aber nur Ganken halt babysitten. Das ist ein bisschen scheiße. Ich meine, ich frage mich warum. Hier, das ist aber nicht weg, oder? Der Rengar. Scheiße, 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 Renekon. Nein, Rengar. Lebe. Nein. Ich mache jetzt hier das Vieh. Ich weiß immer noch nicht, was das für Vieh ist. Ich glaube, das ist ein bisschen vieler nett. Oh, es ist top. Nein, das ist kein Problem in der Gang. Ist der schuld. Aber ich glaube, ich habe die Möglichkeit, was zu sagen. Ich meine, das heißt ja nicht, dass ich muss. Und der Rengar. Ich meine, das heißt ja nicht, ich habe mich nicht getötet. ich habe mich nicht getötet. Ich habe mich nicht getötet, ich habe mich nicht getötet. Mann, kannst du jetzt mal aufwendet, um rumzulaufen? Das ist nervt. Ach genau, Alter. Ich hoffe nicht, was dir will. Dir redet im Jungle rum. Nein. Nö. Ist scheißegal. Scheiß drauf, dass der Gegner rinnt. Ey, die sind ja schon alle Lolties. Lol. Das hat jetzt übelst gelegt. Ich wollte gerade mal eine Kuh machen. Der hat auch nichts gemacht. Und das ist übelst spätes angezeigt. Der hat den Skizhot, den Pfeil hier halt. Der hat das übelst spät angezeigt. Fuck. Egal, ist eh geflasht. Hm. Ja. Ähm. Ich würde gerade, glaube ich, ganz gut, dass der jetzt schon geflasht ist. Ah, das ist schon wieder mit der... Die... Das ist richtig schlimm. Ich kann sowas halt nicht. Ich will auch nicht wirklich auf... Damit sagt, ist das auch nicht so möglich, richtig. So ganz oft zu ganken und... Ich komme jetzt dauernd, dauerhaft und mache gar nichts anderes. Ich denke, sie will sich mal ein Red holen. So was wir haben. Ne. Ne, sie war halt gerade Mitte und deswegen ist halt gefährlich. Wenn sie nochmal kommen, ne. Ich habe jetzt auch kein Ward. Und kein Smile. Ich sterbe hier vielleicht. Nein, gut. Ja, jetzt habe ich die Ulti jetzt gesagt. Die Ulti ist wirklich übelst gut im Teamfight. Ne, warte, stopp. Ich mache noch das hier. Warte mal, ich würde es nehmen. Oh, ich habe sogar mehr. Also, mehr als die... ...vorhin gankt hat. Man, kannst du jetzt mal da durchgehen? Ich sterbe jetzt wahrscheinlich. Alter. Ist das neuer Bug? Durch Minions kommst du jetzt gar nicht mehr durch. Elise. Oh, einige Push-Lane. Ganken wir mal. Halte. Hast du solche Leute, die dann nochmal ganken? Ja, hast du Leute wie ganken? Der egal, der macht die ganzen Kills alleine. Top. Oh fuck. Ne, der überlebt das schon. Hilfe! Du kannst zwar überhaupt nichts mehr tun, aber Hilfe! Ich könnte nicht mal mehr was tun. Das, wenn ich jetzt strikt dahin gelaufen wäre, wäre einfach nichts passiert. Ja, dann wäre ich wahrscheinlich noch am Ende gestorben. Weil ich jetzt erst mal einen Jungle leer holen will. Wahrscheinlich schaut sie gerade, ob mein Red noch da ist. Einfach mit der Weh zerploppt. Ah, ja. Was macht Yasuo hier? Oh, okay. Ja, sie haben ihn schon. Komm mal, lieber Freund. Du bist fett und groß und... Ich glaube, das ist ganz gut. Drei, zwei, eins... Das Gute ist, wenn du sagst, spielst du brauchst den Blu nicht. Ich glaube, das ist echt toll. Das ist auch bei Junglern wie... Fällt gerade keinem. Super Beispiel. Yes. Kein Success. Ne, ähm... Ranking. Ich habe schon mal einen Ranking im Jungle gesehen. Der war... Wir haben das Spiel gewonnen, aber ich fand jetzt nicht, dass der der Pro-Gener ist. Off Doom. Ich empfand ihn nicht da als sehr stark. Hat er ein Wort? Ja, wahrscheinlich. Okay, ich gehe wieder. Tschüss. Na, ein Bostor war nicht sagen. The fuck! Ja, genau. Hilf mir halt gar nicht oder so. Nö. Nö. Hilfen braucht man jetzt. Vielleicht schaffe ich... Ich will es nur noch weiter schaffen, dass... Ja. Ja. Ja, den Kehl bekommt er. Nice, nice, nice. Wie einfach mich fokuss. Nice, alter. Alter fuck. Das war knapp, man. Das war echt knapp. Wenigstens hat er noch ein Kehl bekommen. Ja, ja, ich helfe ja gleich. 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 Ähm. Gut. Dann die Kehlste sind die Gegner noch weiter vorne, weil Mitter hat ein... Okay, das ist klar, unsere Mitter auch. Bot ist halt... Nicht so gut, ne. Tarek ist sehr offensiv, weil er denkt... Ich hab Kehl's gemacht, jetzt bin ich cool. Jetzt bin ich cool. Jetzt hab ich den Skill. Nein. Trashy boy. Komm schon, die kriegt ja auch noch. Nice. Ich versuch dann immer ein bisschen weniger draufzuschließen, weil... Naja, ich will ja auch den Gegner, also dem Articary Kids lassen. Das war die Strafe dafür, dass er den Kick klautert. Ich bin Lowlife, mein Freund. Ich hab keine Passive. Ich weiß nicht, ob ich dir wirklich helfen kann. Was war das denn jetzt für eine Attacke? Ich schmeiß da mal ein Fass hin. Und das, was passiert? Oh. Boah. Nein. Ich kann nicht kommen. Elise hat mich schon gesehen, Alter. Würde mir bestimmt töten wollen. Ich bin Counter-Deading nicht so hart, Alter. Das ist... Naja. Oh, fuck. Ich glaub, Wayne stirbt jetzt. Hab ich so das Gefühl. Oh, mein Red Buff ist wieder da. Lecker Schmecker. Red Buff. Könnte sein, dass sie... Hier kommt. Nice. Gut. Ähm. Ah, sie liest da, sie liest, da, sie liest, da, sie liest. Ich will bloß, dass die hier nicht kommt. Playmaker Denison aus. Aha. Ich halte nur, bis Wayne kommt, dass die hier nicht denken, wir machen jetzt ganz viele Kills. Arm Tower. Yeah. Nimm mal interessant. Immer sehr interessant. Ja, gebetet kein Fick, Alter. Warum nicht? Es war so leicht. Einfach sie. Nein. Nein, wir schießen nicht auf Wayne. Nein. Keiner geht auf Wayne, Elise. Ja. Elise made focus kommt. Puh. Scheiß auf Wayne. Scheiß auf Wayne. Scheiß auf Jinx. Krieg ich wieder kein Assist. Ja, Terry, geil. Das war zu. Buggy. Jetzt schimmelt sich keiner mehr am Terry. Jetzt wurde fast getötet. Ja, jetzt gehen sie und jetzt bekomme ich für Jinx kein Assist mehr. Und jetzt kommt ja auch so. Na egal. Nicht so wichtig. Sie haben ja den Kampf gewonnen. Das ist das. Ich glaube, das ist die Hauptsache. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob wir den Kampf hier, also das ganze Spiel hier, gewinnen werden. Smite. Ich muss mal Top wieder gank, weil Top ist immer ein bisschen so, hm, nicht so gut. Also, es läuft so relativ, aber es läuft ja auch irgendwie nicht. Der Renekon pusht sehr. Das ist, glaube ich, normal mit Renekon. Blue just spawned, I know, and I don't care. Gut, geil. Ja, was? Wenn ich nicht springen kann, kann ich nicht springen, man. Wow, 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 nice, 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 nice. Good, good, good job. Good job. Good job. Ich vor allem, ja, ich springe als begann, Renekon hinterher, mal eine Attacke auf die Norde. Ich finde Krager seine Autor-Attacks, Autor-Hits sind sehr interessant. Oh, die machen Dragon, glaube ich. Das ist mir scheißegal. Und ich bin mal kurz beim Dragon. Ja, sie haben Dragon gemacht. Und jetzt gank sie alle botlein. Und jetzt werden alles, oder sehr viele sterben. Oder auch nicht. Na gut, Top sollte ein bisschen aufpassen, glaube ich. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf das neue System, das bald kommen wird mit, also in der Champion-Auswahl. Da haben wir irgendwas Neues, wo du dann irgendwas siehst und keine Ahnung. Bin ich schon mal gespannt, wie das wird. Viele haben ja gesagt, ja, das wird scheiße. Dann gibt's nur noch Meta, Dreck-Gay, Bam. Shit, Alter. Das will doch keiner. Ha, Passive Bitch! Passive Bitch! Ja, ich kriege ja auch noch für Spaß. Ja, ich kriege ja auch noch für Spaß. Ach, schade. Ich war hochgeworfen, dann konnte ich nicht mehr killen. Der war sowieso ein Level höher, also. Ja, das war... nicht so. Hätte ich DE-Ready gehabt, hätte ich nicht killen können, aber... DE hatte ich ja schon für Taric gebraucht, oder so. Mann, jetzt sind's auch nicht so viele Möglichkeiten. Dadurch, dass er das Hochwerfung-Kader hatte. Hätte ich besser machen können. Ähm... Du kannst ihn ja gerne nebenbei... Ja... Das ist alles in Ordnung. Fast. Nein. Alter, wie ich nicht immer zuschläge, wenn er das anhat, Alter. So krass. Aber wir können jetzt gewinnen. Seitdem ich mal öfters ganker hier... Auf jeden Fall schon mal die meisten Assists. Zweitmeisten Kills in meinem Team. Okay. Ah, mein Reddy-Buff. Reddy-Buff ist wieder da. Gibt's noch eine Dance-Aff, dass es mich jetzt interessiert, dass Taric hier rumrennt, oder? Taric. Taric. Na, tschüss, Taric, ne? Wir wollten so sagen. Ha, lol. Taric am Verrug... Ich bin die Scheiße! Ah ja, der kann aber auch nicht so viel tun. Kriegt auch Finesst? We don't know. Never know. Na, scheiße. Kriege ich nicht mehr. Aber Rengar! Nice, Rengar! Wow, Killer! Job! Might? Soll's Might auch nutzen. Na, schau, den wollte ich noch haben. Ich weiß nicht, ob wir den bekommen. Na, ist eine Scheiße, lol, lol. Ha, lol. Hab ich einfach mal getankt. Ne, den bekommt man nicht mehr, mein Freund. Glaube ich. Ich hoffe, es gibt's gerade nicht Elise. Zum Glück. Der hätte mich wahrscheinlich umgebracht. Auch wenn Elise schwächer ist als gedacht. Sie hat zwar wirklich sehr oft gegangt und... ...wirklich auf gute Gangs gehabt. Aber, naja. Sie verdammt doch nicht so, wie sie es wahrscheinlich gedacht hat. Ich bin noch mehr Maggi-Resistenz. Aber ich denke, wir können das ziemlich gewinnen. Ich meine, so schlecht sieht es gar nicht aus. Zurzeit. Nice, nice. Voll. Oh, jetzt kommt ja Spaß schon wieder. Ich würde auch gern kommen. Ich würde auch gern mal Drache machen, aber ich... ...feier das immer relativ. Nice try, Bo. Oh, da ist das Vieh schon wieder. Komm, ich will sie killen. Komm. Lol. Ah! Okay, ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Lol. Ähm. Ja, ist egal. Es war auch nicht so gut, dass wir da geblieben sind. Ich hätte eigentlich rausspringen können, aber... ...ich wollte jetzt Trash nicht so alleine lassen. Ja, ist... ...naja, nicht OP. Ah, Yasu stirbt trotzdem also. Hahaha, nice. Hahaha, nice. Nice. Hahaha, geil. Die so... ...uh, ich stehe jetzt hin. Hahaha. Nice. Einfach geil. Richtig cool. Hm? Klo ist hier wieder da? Ja, Karas soll ich nicht einfach holen, der kann es alleine spaß. Der ist schon vorhin einfach mal. ich weiß ja ich weiß ja nicht was das jetzt werden sollte ich glaube ich bin ok ich mag den reims gehen auf dem bild sieht immer scheiße aus aber in echt ist er dann cool hat er wieder halt stirbt irgendwann noch ich hätte gern gewollt dann kriegt niemanden ich habe mich einfach auf mich drauf gehen das war geil die schenken auf mich kaum schaden obak jasu da muss man aufpassen weil der ziemlich stark nein was man Ah, Elise ist auf Kage gegangen da, ja. Ich weiß. Rengar, 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 Wayne. Rengar, Wayne, 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 Rengar. Nice. Fuck. Nein. Egal. Tut mir leid, Rengar. Ah. Äh, ja. How's it going? Your team has destroyed your opponent. Ähm. Ja. Noch nicht mal. Jetzt hab ich jetzt gerade was Hilfe. Ja, wir müssen ihm Spaß helfen. Ach, den auch geht's. Okay. Red ist wieder mal da. Elise ist AFK, das ist richtig geil. Das ist richtig gut, weil dann steigern wir unsere Gewinnchancen. Total. Wir können immer noch verlieren, aber umso länger das Match geht, umso mehr Gewinn war. Weil dann können wir eigentlich schon gar nicht mehr verlieren, wenn wir alle vollgekühlt sind. Weil wenn ich schon früh denke, dann geht alles. Ja, Platinum disconnected erst mal gegen einen Bronze-Jungler. Ja, ich bin Bronze. Jetzt wäre er nicht mehr, weil ich zurückgesetzt wurde, aber... Ich hab mal ein schönes Bronze-Jungler verloren. Ich will keinen Arm. Ich will auch erstmal, glaube ich, kein Ranked mehr, weil... Nein, das sieht nur schlecht aus, Code. Ist doch besser, wenn du nicht Ranked bist, ne? Elise ist wieder da. Scheiße. Das ist nicht gut. Ja, das war die beste Idee, die ich jemals hatte. Oh, guck mal, wie jetzt... Okay, geil, jetzt kommt wieder der Cherry-Guy. Der kommt jetzt richtig. Was kann ich kommen? Spaß. Ja, passiv. Fuck, bitch. Passiv, bitch. Ha. Okay. Das ist einfach okay, du bist in Tank. Wenn du gefocust, wirst einfach passiv. Jumped on it, man. Was sollt'n pushen? Okay. Pushen mal, pushen mal, pushen mal. Push it. Push the lanes. Boom. Okay. Ich hab nicht viel Zeit. Nice, nice, nice. Gut. Word. Deck. Ich hab bloß gehört. Nice. Hier, Backporten, ist ein bisschen gefährlich, aber... Gut. So, guck mal, das ist ein sehr wichtiges Item für Zack. Da ist ja auch noch die Heilung erhöht, die ich mit meinen Blasen hier mache. Ich heile mich damit, falls es aufgefallen ist. Falls ihr mal den Champion nicht kennt. Heile mich mit jeder Attacke, kommen so Blasen, bla bla. Und wenn ich da reintrete, sammle ich sie auf und... Ich heile mich ein bisschen. Je nach... Ähm... Maximaler... Maximalen Leben, genau. Und jede meiner Fähigkeit verbraucht eben, je nach... ...jetzigem Leben. Somit heile ich mich halt stärker, wenn ich... ...lowlife bin. Und weniger stark, wenn ich... ...fulllife bin. Danke, du wirst das sowas jetzt noch schaffen, oder? Nein! Oh, Gott. Oh, nice. Trash. Trash macht auf meinen Kehl. Won't give a fuck, man. Yes! Nice, guys. Let's do this, man. Fuck yeah, I want this. Hehe. Bietig. Trash bringt sie am Ende noch rum. Auch mit dem geringsten Leben kann man noch... Scheiße, scheiße, scheiße. Fuck, die zerstören uns doch ganze Botlane, was ich denken. Hahaha. Lol. Gibt's jetzt nicht. Gibt's jetzt nicht. Die pushen weiter, anstatt dass sie weggehen, irgendwie. Ne, Wayne. Ich will nicht weggehen. Nee, der ist tot. Der war tot. Obwohl, er hätte es ja gehen können, stimmt. Na siehst du, jetzt ist Wayne tot. Super. Good job, Wayne. Na gut. Ich meine, Rengar ist auch... Ja. Jinx ist ziemlich stark. Auch wenn sie im Early Game mit schwächer ist, aber im Endgame ist sie halt stärker geworden. Na. Durch die neuen Patches. Ich weiß gar nicht, was ich kaufen soll. Warmox? Weil Gidea Region hab ich keinen Bock. Ich kauf das auch Trashy. Ja, Trashy kauft das schon. Nein, kauf ich's nicht. Da hab ich nämlich keinen Bock drauf. Ähm, Blue Buffer wieder da. Drake Free. Oh, Drake Free! I want to Drake Free! Verstehst du? Ha! Okay. Oh Gott, das hilft nie. Ja, Sue, probably took it. I don't care. Okay, f*** dich. Nee, echt? Wirklich? Nee. Nee, nee. Er ist noch da. Mein Gedanken ist, der hier bei mir. Okay, wir sammeln uns alle hier. Oh, mit. Ich mach dir rap auf den Stumme Fotze. Nee, was schon. Äh, nein, Rengar! Wenn ich sage, oh, mit, dann auch alle machen mit. Ja, ich will fliegen. Liebe das. Mit manchen Chams ist so witzig. Nein, du bitte. Alter, was wird denn das hier für eine Aktion? Wir sind nur noch ein paar Vollziele. Ich stehe mir grad vor. Fullartig, Zack. Das muss man einfach mal ausprobieren. Ich würde es mir wahrscheinlich nicht mehr echt im Spiel trauen, aber im freien Spiel einfach mal, einfach mal was witzig ist. Und jetzt lachen wir ja, das ist nur geil. Ach so, durchschießen kann man auch nicht mehr, lol. Das ist ja üblich geil, gegen Articare ich euch da einfach so eine Wand hinbauen und dann... Haha, Rengar! Nice. Aber guck mal, guck mal, wir sind überlegen. Ich geh auch rein. Nein! Nein! Alter, kann man jetzt mal jemandem helfen? Ja, wir fokussen sich ja eigentlich. Terrick, Renekton. Och, sind ja nur die Tanks, ne? Scheiß auf die Articare ich ja so. Rett mit Lowlife Rome. Ach, sie haben wenigstens noch gewonnen. Wenigstens. Good job. Das wäre auch sonst ewig peinlich gewesen. Ja, easy. Ich könnte trotzdem mal Jigs fokussen. Ja. Fuck. Ganz so, Base wird gerade zerschmettert. Kommt weg! Alter. Ja, Base wird jetzt zerstört. Oh nein, endlich. Alter, wie konnte es passieren? Da kommt immer mehr Botlane. Ich komm her, gerade. Fuck. Alter, fuck. Okay. Okay. There's plenty of me to go around. Hm. Mom always said I was big for my age. Not good. ist schon nein ringer ja dass die exekuten keine ahnung keine ahnung was ich gerade gesagt habe ich habe es nicht da heiße ich heute zweiten den habe ich gekriegt busch sport des feils bist behindert ach so stimmt das ist gut weil dann können sie nicht unbedingt kommen leute noch keine wurschen mehr und die fan lol die machen werden oder was richtig cool da fällt jetzt auch sport ja toll top ist weg werden machen sie wahrscheinlich gerade das war nicht so gut ja die haben das ist richtig schlecht jetzt für uns nein wain ich hoffe es war nur disconnect und kein rage quit was wird denn das jetzt hier für eine aktion renger nein lenger man kann doch nicht einfach einspringen der top wird zerstört weil keiner hingeht einfach mhm don't give a fuck ja wain geil he wain war doch auf k ja alle auf den ja jetzt ständig schon wieder die dominieren einfach übelst ich weiß auch nicht warum wir müssen jetzt übelst treffen oh diese scheiß minions ja ich glaube wir haben verloren oder gib mir den double kill scheiße oh rannigan ja 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 gut ja schon easy aber trotzdem wir müssen jetzt übelst treffen wieder ich könnte ob dessen sagt gott läuft echt nicht alles so wie geplant wir dominieren die in teamfights aber die split pushen einfach so verfickt viel die split pushen immer dauerhaft die machen nichts anderes weil sie so verfickt schlecht sind in den teamfights ich habe es ziemlich oft gefickt oder verfickt gesagt das tut mir auch relativ leid ja ich weiß dass wain auf kreis und ich finde das nicht so toll danke wain gut ok tempting to reconnect eo west is down haha nice wenn jetzt eo west echt down ist lol die kann sich aber bewegen ich glaube es ist der einzige jetzt habe ich keine tempting to reconnect mehr und kann mich trotzdem nett bewegen nicht nein leak of legends eo west ist der beste server you wanna play on it's good because it's the best shit ever the best shit ever made und lol und lol ja hier sehen sie wieder mal epische feils keine ahnung ich weiß noch zuerst lol das viel greift an lol nice wie sieht man das eigentlich jetzt hier ergibt keinen sinn es geht weiter keine ahnung ob das jetzt alle hatten ich gehe es mal relativ davon aus wir haben sie reconnecten alle nacheinander und ja es geht nicht zu ganz weiter würde ich jetzt mal sagen ja 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 beste offener ever alter ich weiß nicht ob es hier noch weiter geht oder ob ich hier die offener beenden soll ich meine viel passieren tut jetzt hier nicht ich denke wir verlieren ich kann hier aufgeben weil es nicht ich weiß es nicht ich glaube ich weiß dass der partie einfach rausgehen weil ich meine das lohnt sich jetzt nicht mehr wirklich also wie gesagt 8 ich bin dank fürs zuschauen ob wir jetzt gewonnen haben ich glaube wir verlieren dieses match bis zum nächsten mal warte mal kann ich tanzen nein kann ich überhaupt irgendwas tun flash nein kann hier richtig sind nein nein oh das bei der das range können wir nochmal alles so genau angucken das ist ganz gut glaube ich also wie gesagt ja bis zum nächsten mal ciao